Musik Eine alte Tradition lebt wieder auf. Die Amizitia Gabeck wagte die Wiederbelebung des Waldfestes nach 20 Jahren. Und es war ein voller Erfolg. Am Sonntagnachmittag strömten die Familien nur so zum Waldstück in den Eichen. Ein Grund für den Erfolg war natürlich auch das schöne Wetter, das zum Aufenthalt in den Wald einlud. Aber die Gabecker Musiker hatten auch ein buntes Familienprogramm zusammengestellt. So gab es für die Kinder eine Hüpfburg und das Original Kasperle Theater des Musikvereins Gabeck. Die Großen konnten sich derweil mit Kaffee und Kuchen oder aber kühlen Getränken beschäftigen. Musik Musik Musik